100 Tage mit der Fujifilm X106. Mein Name ist Markus, ich bin Fotograf vom Bodensee und ich habe mir vor kurzem die X106 zugelegt, aus rein privaten Gründen, um die Familie zu fotografieren. Und warum die Fujifilm X106 für mich die perfekte Familienkamera ist, das erzähle ich dir hier in diesem Video. Also bleib dran, es ist auf jeden Fall spannend und du wirst das ein oder andere erfahren, warum ich mir diese kleine Edelkompakte zugelegt habe und nicht mehr viel mit mir rumschleppen muss. Es sei gleich vorneweg gesagt, der Fan ist halber, ich habe mir diese Kamera selbst gekauft, mit einem Geld, ich bin nicht gesponsert oder finanziert von der Firma Fujifilm. Es ist hier wirklich meine persönliche eigene Meinung, sowohl positiv, aber auch negativ. Ich habe es eingangs gesagt, ich habe jetzt die Kamera seit Anfang April. Es sind jetzt fast 100 Tage rum, fast, noch nicht ganz, aber ich habe wirklich genügend Eindrücke mit der Kamera sammeln können, sowohl im Familienurlaub in Frankreich als auch auf einem Kindergeburtstag oder privat unterwegs in der Street-Fotografie oder mit der Familie auf kleineren Ausflügen. Ich habe die Kamera wirklich immer, immer dabei gehabt, sogar beim Einkaufen habe ich es manchmal als Accessoire mit dabei und das zeigt eigentlich schon, ja, wie verliebt ich in die Kamera bin, aber es gibt natürlich auch negative Punkte. Also, privat gekauft, eigene Meinung, sowohl positiv als auch negativ. Was uns erstmal zu den Hauptmerkmalen an der Kamera bringt, ja. Die Fujifilm ist eine kleine Egel-Kompakte mit einem fest verbauten Objektiv, das du nicht wechseln kannst. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Wir haben hier eine Brennweite von 23 Millimeter auf einem APS-C-Format. Bedeutet so viel, du hast ungefähr 35 Millimeter äquivalent zu einem Vollformat-Sensor. Ist eine schöne, schöne Brennweite, mit der man auch gute Porträts machen kann und eigentlich ein Allrounder für jeglichen Einsatz. Auf die Abmessung im Detail gehe ich jetzt erstmal nicht ein. Das kannst du natürlich liebend gern auf der Fuji Homepage nachlesen. Ansonsten blende ich die hier nochmal an der Seite ein. Die Kamera ist klein, kompakt, hat aber dann doch ein ganz stattliches Gewicht von 471 Gramm ohne Akku und 521 Gramm mit Akku. Ich habe es schon erwähnt, wir haben hier ein Objektiv mit 23 Millimeter auf APS-C und einer Blende 2.0. Integriert verbaut ist ein digitaler Telekonverter, was so viel bedeutet, du kannst ein Stück weit reinkroppen, im wörtlichen Sinne ranzoomen an dein Objekt, Objektiv, was du auch immer fotografieren möchtest und das Ganze natürlich von 23 Millimeter, sprich 35 auf 50 und 70 Millimeter digital reinkroppen. Du verlierst hierbei natürlich ein bisschen Megapixel, die in der Gesamtsumme 40,2 Megapixel sind auf dem gesamten Sensor. Umso weiter du da natürlich reinkroppst, verlierst du ein paar Megapixel, aber das macht wirklich im Detail nicht viel aus. Das sieht der Betrachter oder der Laie im Endeffekt gar nicht und ich auch nicht. Also die Bilder sind wirklich erste Sahne auch selbst, wenn du reinkroppst. Du kannst in allen gänglichen Formaten fotografieren, sei es in RAW, aber auch in JPEG und in Hive kannst du fotografieren. Zum JPEG gehe ich nachher noch ein Stück weit näher drauf ein. Das macht die Kamera nämlich besonders interessant und das ist auch eines der Hauptgründe, warum ich mir diese Kamera zugelegt habe. Du kannst in RAW fotografieren, sprich du hast die komplette Bandbreite an Tiefenschärfe und an Dynamikumfang, um die später dann in der Software deiner Wahl irgendwie zu bearbeiten. Das ist alles gegeben, aber hauptsächlich ist diese Kamera für mich zumindest dafür gebaut, dass man in JPEG fotografiert. Und in JPEG, warum? Ja, weil diese Kamera ungefähr, ich sind ja nicht ungefähr, es sind sogar 20 Filmsimulationen. Filmsimulation bedeutet so viel, du kannst in der Kamera schon vorgefertigte, alte in Anführungszeichen Filmsimulationen, wie man sie von früher kennt, einlegen. Du legst quasi einen Film ein mit einer entsprechenden Optik schon. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Bevor wir aber zu den Filmsimulationen kommen, auf die ich jetzt gleich noch näher eingehen werde, ich zeige dir das dann direkt an der Kamera, möchte ich aber noch ein positives Merkmal erwähnen, das ist vor allem die Speicherkarte, die man da auch rein machen kann. Unten im Batteriefach gibt es ein SD-Speicher-Slot, Kartenslot, in dem auch Sony Touch Express Karten funktionieren. Ich habe hier eine Touch M quasi, das sind die mit den Zweifach-Kontakten hinten dran. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Wahrscheinlich viel zu dunkel. Ja, viel zu dunkel. Aber der eine oder andere von euch, ihr wird es wahrscheinlich kennen, das sind Karten, die sind etwas schneller in der Aufzeichnung, Sprich, wenn du damit auch filmen möchtest, in 6,2K ist das hier möglich, ist das mit den Karten durchaus gar kein Problem. Also von daher wirklich positiver Punkt auch an dieser Stelle, dass man auch schnelle Touch Express Karten verwenden kann. Ja und wie versprochen möchte ich jetzt auf das wirklich Positivste dieser Kamera eigentlich mal eingehen. Warum, wieso, weshalb ich diese Kamera immer im Alltag mit dabei habe? Und ja, das ist hier einfach die Möglichkeit, Bilder aufzunehmen in einer vorgefertigten, von dir selbst vorgefertigten Filmsimulation. Es ist einfach wie folgt. Es gibt hier die Möglichkeit, in der Bildqualität fein, das entspricht dann JPEG, natürlich Filmsimulationen aufzunehmen. Und diese Filmsimulationen, habe ich vorhin schon mal gesagt, gibt es in Provia Standard, Valeria. Es ist immer noch eine kleine Erklärung mit dazu, was denn diese Filmsimulation bedeutet. Astia Weich, Classic Chrome, Riala Ace ist eines der neuen Filmsimulationen, das ist auch hier mit drauf. Pro Neck High, Pro Neck Standard, etc. Klassisch schwarz, alles. Es ist wirklich unzählig. Und gerade bei Schwarz-Weiß-Fotografie ist es wirklich schön, dass du hier auch die Akzente bzw. die Töne entweder auf Standard, auf Gelb, Versteckkontraste leicht und dunkel zum Himmel, auf Rot oder sogar auf Grün stellen kannst. Und damit sieht dein Schwarz-Weiß-Look immer wieder ein bisschen anders aus und erzeugt so jetzt zum Beispiel hier bei Grün natürliche Hauttöne bei Portraits. Es ist wirklich mega genial, was man hier alles machen kann, auch zum Filmen, verschiedene Filmsimulationen nehmen. Und ich gehe jetzt mal so ein bisschen zur Kamera, dann siehst du gleich, wie sich hier der Look ändert. Es ist jetzt natürlich eher kontraproduktiv, was ich hier mache, weil man sieht es nicht richtig im Video. Aber du siehst, der Bildlook, der ändert sich dementsprechend. Und das ist wirklich genial. Das ist wirklich genial. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier meinen Bildlook gefunden, dann ist das Ganze immer noch nicht am Ende der Fahnenstange. Es ist noch nicht ausgeschöpft. Du kannst jetzt hier angehen und quasi monochrom Farbe abändern. Körnungseffekt kannst du mit dazunehmen. Schwach, stark, weich, aus, etc. Du kannst den Farb-Chromeffekt mit rausnehmen. Haut-Effekte, weich, ja, nein. Den Weißabgleich kannst du steuern, etc. Also es ist wirklich unglaublich, was hier alles möglich ist. Den Dynamikbereich, die Tonwertkurve, ganz interessant. Du kannst die Spitzenlichter und die Schatten gleichzeitig hier intern in deiner Simulation quasi vorgefertigt schon mit reinbringen. Das ist wirklich unglaublich. Und Farbe, Schärfe, alles Mögliche. Und wenn du das dann soweit hast, kannst du das alles als deine Simulation abspeichern. Werde ich jetzt mal nicht machen, weil ich habe schon ein paar Simulationen. Und dann kannst du die hier in der Quick-Menü-Taste quasi drauflegen hier. Ich habe jetzt hier ein paar Simulationen, die sind aus dem Buch 33 JPEG-Rezepte schon mal mit reingenommen. Für mich ein bisschen abgeändert, weil es mir einfach in den ersten 100 Tagen jetzt geholfen hat, erst mal da reinzukommen. Das Menü ist, man muss erst mal klarkommen, wenn man da von Sony kommt. Und hier sind wirklich verschiedenste Simulationen für People, für Landschaft, für BNW, Spa. Heißt so viel wie Street People in Architecture. So ein Peach-Look ist mega geil bei Sonnenuntergang und Gegenlicht. Black and White Gegenlicht-Situationen. Also so viel habe ich mir jetzt die Simulationen schon mal drauf gespeichert und mit denen fotografiere ich dann wirklich hauptsächlich. Also du siehst die Möglichkeit, in Filmsimulationen gleich zu fotografieren und gleich in JPEG zu fotografieren, ist eigentlich eines der positivsten Hauptmerkmale dieser Kamera, zumindest für mich. Nebendessen auch noch positiv zu vermerken an dieser Kamera ist, dass sie wirklich hochwertigst verarbeitet ist. Sie fühlt sich gut an, sie fässt sich gut an. Du willst sie immer jeden Tag eigentlich mitnehmen. Und es ist für mich, ja, eine geile Allround-Kamera und immer-dabei-Kamera. Gerade ganz zum Anfang ist vielleicht auch nochmal positiv zu erwähnen, dass wenn du noch nicht so mit den Filmsimulationen klarkommst, kannst du in RAW fotografieren und mit X-Raw Studios dann über dem PC deine Filmsimulation erst mal soweit anpassen. Töne, Lichter etc. pp. Alles soweit mit reinnehmen, bis dir der Look gefällt und dann direkt in der Kamera abspeichern. Ist natürlich auch super. Mega geil. Ja, das sind eigentlich schon die positiven Merkmale. Also wie gesagt, positivstes Merkmal Filmsimulationen direkt in JPEG ohne Bearbeitung. Macht es einfach perfekt für Privat, für Familie und immer dabei. Super verarbeitet. Mega geil. Habe ich fast vergessen. Es gibt noch ein Klapp-Dispay. Entschuldigung. Ist natürlich auch geil. Super verarbeitet. Mir ist die Kamera sogar einmal runtergefallen. Ich blende es hier nochmal groß ein. Einmal in Frankreich ist es mir wirklich auf den Boden geknallt. Es ist eine Macke drin. Ich wollte es erst austauschen lassen, aber als ich mir dann einmal auf YouTube einen Film angeguckt habe, wie das denn ausgetauscht wird, wollte ich es nicht mehr machen. Und was das kostet, will ich erst mal gar nicht wissen. Weiter zu den positiven Merkmalen. Wie gesagt, X-Raw Studios und klein, kompakt, immer dabei. Und du brauchst nicht diesen riesen Rucksack mitzuschleppen. Wenn du eh schon mit deiner Familie unterwegs bist und schon genug Kepäck dabei hast, dann ist das Ding wirklich state-of-the-art, modernste Technik mit drin. Ich habe es gar nicht erwähnt. Es gibt sogar Augen-AF-Tracker und Co., Flugzeuge, Autos, was gibt es noch, Vögel. Also das modernste wirklich in einem kleinen, kompakten Gehäuse drin. Und du brauchst nicht mehr. Punkt. Kommen wir aber mal zu den kleinen negativen Punkten, die mich dann doch in den ersten 100 Tagen so ein bisschen gestört haben. Das ist zum allerallerersten, was mir aufgefallen ist, irgendwann mal im Laufe der Zeit. Der Auslöser bzw. der Fokuspunkt, an dem man fokussieren kann, ist wirklich ein ganz hauchdünner Draht. Oder vielleicht bin ich da auch nur zu grobmotorisch. Keine Ahnung. Ich kenne es nur von der Sony, dass es da ein bisschen anders ist. Und man fokussiert an und macht teilweise gleich ein Bild. Ich habe wirklich viele Bilder gehabt oder manchmal ein paar Bilder gehabt, wo ich einfach nur die Straße oder irgendwas fotografiert habe, weil ich einfach irgendwie draufgekommen bin oder selbst beim Fokussieren den Punkt nicht ganz getroffen habe und dann gleich durchgedrückt habe. Also das muss ich sagen, das könnte man vielleicht beim Nachfolger ein bisschen besser machen. Was auch noch manchmal fehlt, ich jetzt aber hier wirklich nicht vermisse, ist ein Klapp-Schwenk-Display. Also meckern auf ganz hohem Niveau, aber so ein Klapp- und Schwenk-Display, wie man es vielleicht von der Sony R7, R5 kennt. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Das wäre cool, aber ja, meckern auf ganz hohem Niveau. Dann ist die Kamera nicht wasserfest. Es sind hier so ein paar Lücken, gerade an dem Drehrädchen hier hinten. Und das Objektiv muss man separat mit abdichten. Ich habe hier einfach noch einen ganz normalen UV-Filter mit drauf und eine Objektivblende vorne mit drauf, einfach damit ich die Stöße abdichte. Und hier ist noch eine kleine Enddichtung, dass da einfach kein Wasser reinkommen kann. Das ist aber on the top, ist nicht mit dem Lieferumfang dabei. Was mich dann noch stört, aber für mich jetzt in erster Linie nicht wichtig ist, es gibt keinen Tonausgang. Im wahrsten Sinne, sprich, du kannst kein Headset anschließen, um deinen Ton beim Filmen gegen zu kontrollieren. Das gibt es nicht. Das kannst du nicht machen. Also von daher fehlt. Ja, gibt es nicht. Aber gut, brauche ich ja nicht. Ja, das war es. Eigentlich auch schon im Großen und Ganzen die ersten 100 Tage mit meiner Kamera. Und mehr gibt es über diese Kamera erstmal gar nicht zu erzählen. Ich wollte es kurz halten. Ich bin überglücklich, sie zu haben. Und sie ist einfach immer dabei. Wenn dir das Video gefallen hat oder du vielleicht auch eine bestellen möchtest, musst du dich jetzt leider zur Zeit hinten anstellen. Ich weiß, sie ist sehr, sehr schwer zu bekommen, aber irgendwann wird sie dann geliefert. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass auf jeden Fall einen Daumen. Wenn du sagst, nee, das Ding ist mir viel zu teuer und interessiert mich eigentlich nicht, Daumen runter. Falls du Fragen zur Kamera hast, melde dich gerne in den Kommentaren unten. Ich werde sie dir beantworten. Ich habe mittlerweile wirklich genug Erfahrung sammeln können mit der Kamera. und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald zum nächsten Video. Tschüss.